Wenn wir das schon kriegen, dann nutzen wir es auch. So, die beiden Türen sollten noch von selber aufgehen. So, da geht das Tor auf. Und da geht das Höllenschlutzhäuser auf uns. So, da geht das Höllenschlutzhäuser los. Ja. Weil das Ding, ähm, bei der Betrachter... ...ist etwas nicht in Ordnung? Manus, Potenzial... ...gebat hat. Oh, das ist verschlossen. Okay, sie ist zum Glück nur... ...dass du von mir willst. Das ist ja noch besser. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. ...wenn ich sie denn treffen würde. Nein, es soll geschehen. So, okay. Also, das mit dem Tor... ...hat nicht ganz so gut geklappt. Magieabwehrtrag und... Ihr dürft nicht passieren. Warum nicht? Wir sind den ganzen weiten Weg hierher gekommen, um uns von der entsprechenden Tür aufhalten zu lassen. Wer seid ihr? Nur jene, die zwei Köpfe ohne Augen und ein paar Bünder, aber keine Stimme haben dürften, diese Tür schreiten. Was? Das ist ja lächerlich. Die zwei Köpfe ohne Augen und ein paar Bünder, aber keine Stimme haben. Aha. Äh, das ist ja lächerlich. Ihr dürft nicht passieren. Okay. Also müssen wir erst in diesen beiden Abschnitten hier... ...wo es grunzt und so. Oh, gespenstische Wächter. Äh... ...wenn es scheint, dass wir gewalttätig werden müssen. Kommt her, wenn ihr euch traut! Okay. Okay, so wie es aussieht, hat es die Lastra... ...und Elana erwischt, aber sie sind schon wieder beide normal. Was soll geschehen? Ich möchte mich ja nicht einmischen. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Ja, haben wir jetzt ja auch gerade gemacht. Was ist hinter dieser Tür? Ach, den Würmer. Ich werde dich töten. Vorwärts, zum Sieg! Ein paar Morrocks. Und ein paar Bidot tauben. Er erinnert mich eigentlich irgendwie fast schon an den... ...als letzte Geschoss. Nur, dass hier die Türen halt von alleine aufspringen. Oh, hi. Wie lautet deine Aufgabe? Dein Befehl? Bereits einen neuen Dachon. Verräte. Ja. Er soll geschehen. Oh, das sind ein paar viele. Sterb! Ich warst mir meinen Wach, deinem Blut! Worum handelt es sich? Kommt her, rein! Kommt laut! Wenn ich so richtig darüber nachdenke, ist das Flamscheid wahrscheinlich keine gute Idee, weil es ihre Rüstung senkt. Rauche, Heil ist etwas nicht. Ich werde mein Bestes geben. Vita, Mortis, Caria, ja, ja, ja. Vita, Mortis, Caria, ja, ja. Vita, Mortis, Caria, ja, ja. Vita, Mortis, Caria, ja, ja, ja. Vita, ich er soll geschehen. Ah, hier ist keine Wache mehr drin. Ich dachte, es wären vier. Was ist los? So soll es geschehen. Mal gucken. Hier ist eine Leiche mit einem Schädel. Hm. Was sagt denn das Buch? Tiere sind deine Freunde, eine Auszug. Einer der ersten Schritte hin zur harmonischen Zusammenleben der Tiere besteht darin, anzuerkennen, dass unsere Beziehung zum Tierwelt einem ständigen Wandel unterliegt. Viele glauben, Menschen und Halbmenschen seien die Tieren überlegen. Doch wie bereits erwähnt, ist der Begriff der Überlegenheit sehr subjektiv. Ach, das ist ein ganz normales Buch, was verkauft werden kann. Ja, dies scheint der Schädel eines anderen Menschen zu sein. Ja, er hat keine Augen, aber er hat einen Mund, aus dem er nicht sprechen kann, weil er tot ist. Kann ich helfen? Ja, gewiss. So lange es einzelne sind, können wir, dass sie uns gut vorknöpfen. Wie kann ich helfen? In Ordnung. Auch wenn die verdammt viel Schaden schlagen, die Jungs. Dein Befehl? Also es war klar, dass hier ein zweites ist. Und ja, jetzt wenn ich mir so angucke, hat sie so definitiv mehr Rüstung. So, da gucken wir mal, was uns hier drin so erwartet. Ich höre schon bald das Grunzen von Orhox. Okay, was ungefähr so gefährlich ist, wie Bad Goblins. Das da ist gefährlich, ja? Ich schlage den Specker. Okay, zwei hat's erwischt. Brauchst du mit deiner Erlaubnis? Kommt her, wenn ihr euch traut. Ah! Ah! Kann ich sehr gut. Sag was einverstanden. Brauchst du mich? So, sie sind wieder normal, ich kann heilen. Vita. Vita. Moos. Wie viel hat hätte er auf den eigentlich mittlerweile? Hm. Ich habe ETW von minus 1. Yay. Minus 9 Rüstung. 30 für Hände auflegen. Ja gut, der ist Level 15, macht Sinn. Also sollten jetzt wieder Leventür überkommen? Ah ne, erst kommen die Minutauere diesmal. Ah, und die brauchen dringend wieder Munition. Ich muss noch ein Ver belastet. Okay, das kann euch. So. Ihn sollte ich eigentlich öfter Bordakai's Klingel nutzen lassen. Wie lange hebt die noch mal? Äh, eine Runde pro Stufe. 16 Runden, also. Mh, etwas über die Minute, ja. Inlandus, okay. Ja? 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 Einverstanden. Ich kann nicht helfen. So, jetzt kommen gleich wieder gute Sachen. Sag, was du von mir willst. Brauchst du mich? Ja, ich brauche noch eine Verteidigungskoordination. Ich werde tun, was ich kann. Vielleicht nicht so viel. Wie kann ich vorwärts? Dein Befehl. Wie lautet deine Aufgabe? Kannst du dich auch noch was bei der Beide zaubern? Ja, Luftdiener. Und hier haben wir dann noch einen Schädel, hm? Ja. Oh Gott. Ja, es soll geschehen. Sag, was du von mir willst. Du könntest etwas Heilung vertragen. Das ist solche Heilung. Noch mehr solche Heilung. Vita Mortis Carrier. Vita Mortis Carrier. Vita Mortis Carrier. Wie kann ich helfen? So, mein Dettwob ist weg. Gewiss. Diese Tiefe. Ich bin dran. Wissen. Ich bin dran. Felix.